Mein Name ist Marian Krüper und ich bin Grundschullehrer im Kreis Soest in Nordrhein-Westfalen. Auf das Fortbildungsangebot vom Ernst Z. Verlag bin ich bereits während meines Studiums aufmerksam geworden, und zwar im Rahmen eines Praktikums, weil ich hier zwei Kolleginnen zu einer Präsenzveranstaltung begleiten durfte und ich war total begeistert von den vielen praktischen und alltagstauglichen Ideen und Umsetzungsmöglichkeiten, die in der Fortbildung vorgestellt wurden und die man direkt in der nächsten Unterrichtsstunde umsetzen kann, denn das zeichnet gerade für mich eine gute Fortbildung aus. Natürlich nutze ich seit einigen Jahren auch die Online-Seminare, um mich in verschiedenen Themenbereichen fortzubilden und das Angebot lässt wirklich keine Wünsche offen, ob Lehrwerkspräsentationen zu Zebra, Minimax, Anokio und Co., Fachtage, Podiumsdiskussionen, Digitalität, Medienkompetenz, also alle Bereiche werden abgedeckt und das immer fachwissenschaftlich und fachdidaktisch auf dem neuesten Stand. Das Tolle hieran ist, dass ich mich nicht erst ins Auto setzen muss oder in die Bahn, denn ich kann ganz bequem von zu Hause aus an den Online-Seminaren teilnehmen und so auch nebenbei meine einjährige Tochter betreuen und so kriege ich ganz wunderbar die Fortbildung in meinen Schule- und Familienalltag integriert, ohne viel Stress und ohne viel Aufwand. Die Online-Seminare ermöglichen mir auch eine Austauschmöglichkeit mit den Referenten, also ich kann mich ganz aktiv einbringen. Es ist quasi wie eine Präsenzveranstaltung auf dem eigenen Sofa und wenn ich mal keine Zeit habe, an den Seminaren teilzunehmen oder meine Tochter dann vielleicht zu sehr meine Aufmerksamkeit einfordert, dann nutze ich auch gerne die Klett-Mediathek und schaue mir dann da verschiedene Online-Seminare an und bin so noch flexibler.